Erste 2 gegen Eis ist das immer, ne? Dein Armut ist kacke. Der sieht kolossal aus. Hier kommt ich lächerlich. Oh, dann sind die Arener hier. Damit wir nicht fahren, ne? Und keinen gar nicht mehr, ne? Und keinen gar nicht mehr, alter, ne? cool ich habe noch nicht weitergeschossen, wenn ich den Augen erhielt der ausüglichen alter schießt ihr auch immer wieder von mir oder ist der alt kaputt hä? der hat dann nichts mehr geschossen der mit drückt ist ja eine scheiße hier da muss ja mal gucken wo er kommt in den nächsten vier stunden das wird ja halt spannend hier aktivieren combat mode schreit jetzt geht es zum nächsten Mal was die hier 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 doch hier 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 Okay. Hm. naja geht ja schon mal alter hier hat er mich getroffen ja 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 im ausweichen schön die drohe als arschloch gesteckt schön wieder rin fahren kannst du schön ablecken das ding selber das ist doch ein wichs vieh ja 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 damit ist er schon weiter runter wie sonst ja geil das anzugs weiter um zwei mal so sinnlos gerade soo fertig ja war wenigstens ein netter kampf ich kann nicht nur mal weg aber wie das kopf